Erster Platz darf beim Video dabei sein und er darf das Video entscheiden. Der zweite Platz bekommt zwei Level-Ups. Der dritte bekommt ein Level-Up von uns privat. Das ist der Level-Cup. Mit dem kannst du dich 1-99 leveln. Aber du kannst auch ein bisschen höher leveln, damit du vielleicht auch bei jedem Cup dabei sein kannst bei den Rennen. Ja, und die Themen kommen, also wann das ist, wann das andere ist, das wird dann in einem anderen Video kommen. Ich oder Ilu eröffnen den Server. Wir kämpfen halt die ganze Zeit halt, dass du Lamp-Up wirst und wenn du über meinem Level bist, bist du ein Ilu-Server und sie hilft dir dann und ich helfe den anderen Tieferen. Die Urzahl und bis welchem Level wird demnächst bei einem Video vorkommen. Wahrscheinlich werden auch mehrere Cups und Events kommen, zum Beispiel ein Boss-Event oder solche Sachen.